Ihr habt den Titel gelesen und weil ihr draufgeklickt habt, werdet ihr euch wohl fragen, wieso und wo finde ich diesen neuen Kanal? Nun, das ist ganz einfach. Der neue Kanal ist unten verlinkt und ich mache das so, weil mich die meisten Leute wohl wegen des Formats Portrait by Spongebob oder auch Portrait by irgendwas anderem abonniert haben. Irgendwann habe ich dann angefangen, nebenbei auch noch andere Formate, an denen ich ebenfalls sehr viel Spaß habe, einzuführen. Wie man allerdings an den Klickzahlen erkennen kann, ist dieser Kanal bereits zweigeteilt. Es ist auch so, dass ich mittlerweile der festen Überzeugung bin, dass viele, die nur Portrait by Spongebob sehen wollen, genervt von den anderen Formaten sind, weil sie mich vorrangig nicht deshalb abonniert haben und dass dann ihre Abo-Box, naja, ich sag mal, vollmüllt. Ja, und das finde ich so auch überhaupt nicht schlimm. Es gibt ja auch YouTuber, bei denen schaue ich auch nur bestimmte Formate und den Rest lasse ich weg. Das war zunächst nur eine Vermutung meinerseits, doch aufgrund einiger Daten, die mir die Analytics-Funktion von YouTube gibt, bin ich da mittlerweile sehr, sehr sicher. Deshalb also nun dieser Schritt. Es wird nicht weniger Videos geben, aber so kann ich die Zielgruppen besser auseinanderhalten, beziehungsweise die Leute bekommen auch das, wofür sie abonniert haben. Hier wird es fortan also nur noch Portrait by, was auch immer, und auch noch solche Videos wie diese hier geben, aber die Formate, in denen es hauptsächlich um meine eigene Meinung, sag ich mal, oder in denen man vorrangig meine Stimme hört, gibt es fortan auf dem Zweitkanal. Ich kann mich somit auch freier ausleben, was diese anderen Formate betrifft, also denke ich, dass jeder davon profitiert. Natürlich wird dieser neue Kanal nicht so viele Abonnenten haben wie dieser hier, aber ich bin mir sehr sicher, dass die Leute, die Formate wie eure Kommentare schauen, auch dieses Video hier schauen, und ich somit die richtigen Zuschauer erreiche. Ich werde trotzdem noch eine gewisse Zeit lang durch Community-Posts Werbung für den Zweitkanal machen, einfach weil ich's kann und weil es ja mein gutes Recht ist, Werbung für mich selbst zu machen. Ich muss überdies noch sagen, dass ich an sich schon ein recht kreativer Mensch bin, sonst könnte ich diese Portrait by Spongebob Videos ja auch gar nicht machen, aber eben nicht, was Kanalnamen betrifft, weshalb ich den Kanal voll so oft getauft habe. Also, danke fürs Zuschauen dieses Informationsvideos, ich hoffe, dass wir uns auf dem Zweitkanal auch wiedersehen und, ähm, ja, bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Nein, das Video endet auf gar keinen Fall so, das könnt ihr absolut vergessen. Also, ich werde jetzt nicht wegen des Zweitkanals anfangen.